das hinterrad aber ist schon die aufhänge schon mit diesem tempo die fast ja er kann das tempo nicht mehr runter bremsen ich da geradeaus und noch mal quer über die bahn also da liegt die zeit ein bisschen energie abzubauen und das hier im kiesbüro am reifen start überhaupt nicht langsamer ja auf dem da ist die hat auf jeden kaputt gegangen möglicherweise auslöser das sieht so aus hier drei schaden also der askarijad ist auch da ist ein großer service fällig